Es geht auf Karneval zu, die verrückte Jahreszeit ist da, die Jecken werden immer mehr, die Leute haben teilweise so irre Verkleidung. Haben Sie gesehen, Annalena Baerbock geht als Außenministerin. Crazy, ja. Viele sagen, das geht nicht, das ist kulturelle Aneignung. Das ist doch eine Herabwürdigung aller richtigen Außenminister. Ja, das ist so, aber es ist, nein, ich bin... Wirklich. Lassen Sie uns da tolerant sein. Es ist Karneval. Es ist ein Witz, ja. Und wenn sie so Sachen sagt, wie, wenn Frau Baerbock sagt, wir führen einen Krieg gegen Russland, da musst du erst mal drauf kommen. Und der Kanzler tut alles, um nicht Kriegspartei zu werden und die haut den einfach so raus. Im Karneval geht das. Ich dachte bloß, falsches Kostüm. Krieg gegen Russland, das war der andere damals, der bis kurz vor Moskau kam. Richtig, Napoleon, genau.